Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakhaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz hoher. Ganz der Papa. Sakhaevs Sohn. Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Das ist der beste Weg rein. Der Fahrzeugkontrollpunkt ist direkt vor uns. Nicht schlecht, Kamarov. Das könnte klappen. Vulture 1-6. Wir sind in Position. Bravo 6. Vulture 1-6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. Die müssen uns eigentlich schon sehen. Und da sind wir wieder bei COD Modern Warfare Reversal. Schauen Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf ein Zeichen auszuschalten. Ja. Der Rest folgt mir. Heute noch? Also, ich würde ja das Gebäude eins. Stütze nehmen. Geh mir jetzt bloß nicht in die Schusslinie. Au. Mann am Boden! Schön, einen nach dem anderen. So muss das gehen. Wer ist noch da? Jungs! Ich mache hier alles alleine. Gebiet gesichert. Yeah. G-36. Beste Knarre. Alles klar, ziehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Mal kurz umziehen. Zwei Stunden später. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Seine zerfraß, Krix. Bravo 6, hier Watcher 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle sechs Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl hat zu gebe. Ja, ja. Ja. Mr. Joggy im Landzug. Bach, Jungs. Ich kann zielen. Sag dich doch. Ich kann zielen. Wir haben Gesellschaft, Herr. Oh, sorry. Sorry. Ihr nehmt den Turm mit. Festhalten. Scheiße. Klar. Überlebe ich das. Was auch sonst. Was? Ich krieg dich. Mädel, ich bin schon längst unterwegs. Bravo Team, hier Watcher 1-6. Verfolge das Ziel. Verdammt, der Typ ist scheißschnell. Okay, er verlässt den Schrott. Okay, er verlässt den Schrott. Okay, er verlässt den Schrott. Okay, er verlässt den Schrott im Nordwesten. Dann schnappt ihn euch. Los, los. Jo. Okay, das Ziel bewegt sich. Nach Norden. Zu den Außenbezirken der Stadt. Vorsicht, in diesem Gebiet wir mit des vorfeindlichen Verwänden. Over. Klar, es gibt ja auch keine Zivilisten in der Stadt. Okay, auf den nicht zielen. Boah, das ist blöd, dass man immer erst gucken muss. Ist der das? Ist der das nicht? So, verbündete auf 6 Uhr. Geh mal, fang mal durchs Haus. Vorsichtig Feuer. Wir brauchen den Kerl lebend. Jo. Geh da, Alter. Wow. Sorry, Greg. Oh Gott. Das Team bewegt sich wieder. Über die Seiten Schlotte links könnt ihr ihn vielleicht abfangen. So, Greg's gas. Hier, bein' bei mir. Yo. Das andere haye feinde auf der anderen Seite dieses Stounds. Zwei feinde nähern sich über die rechte Flanke. Machen wir mal Granaten-Party, ne? Bewegung auf den Dächern. Bewegung auf den Dächern. Bewegung auf den Dächern. Hat der Leben noch oder ist er jetzt gestaun? Ja, ich weiß. Meine Mütter, verstanden! Ich liebe die. Ciao! Und das! Ah, da war ich zu früh. Ah, ich erinnere mich. Ah, okay. Aua, Aua. Mach mal! Yeah! Das sind die Momente, wo zählen die wieder. Steu Krüger! Das kann weitergehen. Bravo-Team, bestätigen sich Kontakt zum Ziel, Aua. Bestätigt. Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Oh! Womit hat der Michel erwischt? Hier bewegt sich im nordendlichen Teil des Gebäudes. Erster Stock. Wo, 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 wo. Holy shit. Häuser Kampf. Läuft! So, 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 so. Ist hier jemand? Nein. Gut. Ziel links von dir. Eine Etage höher. Da ist dein Treppenhaus in der nördlichen Ecke. Links von mir. Da. Ziel, sie fliegt, wenn's Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen. Könntest du nicht vorfliegen. Alles wegmachen. Und nicht erst warten, kurz ich ankomme. Okay. Oh, schöner Balkon. Schöne Wohnung. Schön groß. Bewegung auf dem Dach, bereit halten. Ja, man kann sich hier ein bisschen verlaufen. Ziel ist auf dem Dach, er gehört dir. Jo. Runter mit der scheiß Waffe, runter! Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen, das Risiko ist so hoch. So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Es gibt keinen Kommen, so hoch. Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Ach, scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann, er wird es nicht unbeantwortet lassen. Beschwind mir. Ich hätte ihm ins Bein geschossen. Ich kenne den Mann, er wird es nicht unbeantwortet lassen. Zum an! Ich kenne den Mann! Ich kenne einedirektionistbox. Ich kenne den Mann. Ready up. Let's do this.